Hey, herzlich willkommen! Ich bin Lena. Heute geht es mal um eine Frage und zwar, wie finde ich die richtige Yoga-Lehrer-Ausbildung? Ich kann dir diese Entscheidung natürlich nicht abnehmen, aber ich möchte dir fünf Fragen an die Hand geben, fünf Aspekte, die mir persönlich sehr geholfen haben, mich zu entscheiden. Ich setze mal voraus, dass du schon weißt, in welcher Yoga-Tradition, in welchem Stil du deine Ausbildung machen möchtest und nehme an, du hast nun festgestellt, dass es trotzdem noch Trilliarden Yoga-Schulen gibt, die Ausbildungen anbieten. Ja, ich bin selbst gerade erst von einer Ausbildung zurückgekehrt. Ich war den ganzen November in Indien und habe da meine 300 Stunden Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht. Das war jetzt sozusagen meine dritte große Ausbildung, wenn man so will, die ich gemacht habe. Ich habe vor ein paar Jahren zwei 200-Stunden-Ausbildungen gemacht und das war jetzt meine erste 300-Stunden-Ausbildung. Die erste Frage und wie ich finde die wichtigste Frage, die du dir stellen solltest, ist, was liebst du an Yoga? Was ist der Teil, der Aspekt von Yoga, der dich jeden Tag dazu motiviert, auf deine Matte zu gehen, der dich jeden Tag dazu bewegt, dich mit Yoga zu beschäftigen? Das kann zum Beispiel der Asana-Aspekt sein, das kann dieser körperliche Aspekt von Yoga sein, also deinen Körper zu bewegen, zu kräftigen, zu dehnen. Das kann der Meditationsaspekt sein, das kann der Aspekt sein, dich mit Mythologie zu beschäftigen, mit Philosophie. Das kann der Aspekt der Community, der Gemeinschaft sein. Vielleicht interessierst du dich in erster Linie für Energiearbeit. Vielleicht bist du zu Yoga gekommen, weil du dich für den Aspekt der persönlichen Weiterentwicklung interessierst. Es gibt so, so viele Aspekte von Yoga und die wichtigste Frage, meiner Meinung nach, ist die erste wichtige Frage. Welcher dieser Aspekte ist der, der dir am allerwichtigsten ist? Was ist dein, so dein Herzensteil von Yoga? Wenn du dir diese Frage gestellt hast, empfehle ich dir, bei den Schulen nach den Stundenplänen zu schauen. Manche haben das, haben die Stundenpläne auf der Website, bei anderen musst du das nachfragen. Du denkst dir vielleicht, Hä, aber Yoga-Lehrer-Ausbildung, die müssen doch das alles abdecken. Klar, ich meine, alles ist Yoga, alles ist ein Teil von Yoga und natürlich wird in den meisten Ausbildungen, die sind ja alle Yoga Alliance zertifiziert, das heißt, die müssen bestimmte Bereiche abdecken. Das ist natürlich klar, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es trotzdem ganz viele oder dass trotzdem viele Yogaschulen einen bestimmten Schwerpunkt haben. Und sich das vorher bewusst zu machen, ist wichtig und auch sich zu überlegen, welcher Schwerpunkt, welcher Teil von Yoga ist der, der mir am wichtigsten ist. Und genau, wie gesagt, also du kannst die Schulen anschreiben, du kannst auf deren Website schauen, wie die Stundenpläne sind. Wenn du schon siehst, jeden Tag siebenmal die Woche Anatomie und du bist aber eher jemand, der sich für Meditation und Pranayama interessiert, dann müsstest du vielleicht nochmal woanders schauen. Was ich sagen will, ist einfach, mach dir bewusst, was dein Herzensthema bei Yoga ist und schau nach Schulen, die dieses Herzensthema als Schwerpunkt haben. Meistens finde ich kann man auch schon, wenn man auf die Website von den Schulen geht und sich die Texte über diese Ausbildungen anschaut, kann man schon ganz gut erkennen, ist das ein ganzheitlicher Yoga-Ansatz, ist das ein eher physisch orientierter Yoga-Ansatz, ist das ein sehr spiritueller Ansatz. Ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, da genau hinzuschauen. Die zweite Frage, die du dir stellen solltest, meiner Meinung nach, ist, welche Lehrer und Lehrerinnen inspirieren dich? Das kann die Yoga-Lehrerin sein aus deinem Yoga-Studio in der Nachbarschaft, das kann auch, meinetwegen, ein großer Guru sein einer Yoga-Tradition, das können ganz viele unterschiedliche Lehrer sein. Ich sage das einfach, weil die Lehrer eine Ausbildung machen sehr viel aus. Und es ist, finde ich, wichtig, sich vorher klar zu werden, was man an einem Lehrer, an einer Lehrerin mag, welche Art zu unterrichten, welche Art Yoga weiterzugeben, diejenige ist, die man irgendwie für richtig hält oder die einem selbst entspricht. Und ich würde daher immer vorher die Lehrer, die ich toll finde, nach ihren Lehrern fragen, nach ihren Empfehlungen. Was jetzt natürlich noch wichtig ist, unabhängig davon, in welcher Tradition die unterrichten, ist einfach, was haben die für eine Energie? Mach dir das bewusst, wenn du auf deren Websites gehst, wenn du siehst, was sie für Instagram-Accounts haben oder überhaupt in den sozialen Medien, schreiben, wenn du Texte von denen liest, wenn du Bilder von denen anschaust. Ich meine, all das hat irgendwie eine Energie. Ich finde, das spürt man dann auch, ob man womöglich mit denen resoniert, ob sie einen ansprechen, nicht im Sinne von, hm, das finde ich ansprechend, sondern eher im Sinne von, kann ich damit was anfangen? Ist das was, was ich gut verstehe? Wenn die was sagen, dann denke ich, ah, wow, ja, ich weiß genau, was du meinst. Oder ist das, dass man eher so denkt, hä? Äh, nee. Also, ihr wisst, was ich meine. Beschäftigt euch mit den Lehrern, mit euren Lehrern und mit den Lehrern der Ausbildung und schaut dann, ob das womöglich passen könnte. Punkt Nummer drei ist, wann ist der richtige Zeitpunkt? Das ist eine Frage, die so ein bisschen zusammenkommt mit der Frage, ist es vielleicht noch zu früh für mich, eine Yoga-Lehrer-Ausbildung zu machen. Und, äh, ich würde mich an meiner Stelle in diesem Zusammenhang fragen, was ist die Motivation für eine Yoga-Lehrer-Ausbildung? Also möchte ich eine Ausbildung machen, weil ich denke, dass es richtig lässig ist, Yoga-Lehrerin zu sein und weil ich durch die Welt jetten möchte und auf Bali und Costa Rica, ähm, luxuriöse Yoga-Retreats anbieten möchte. Oder, ja, dass ich spüre, dass ich so ein großes Interesse daran habe, Yoga als Ganzes zu erforschen, zu studieren, ähm, einzutauchen in dieses Universum, bereit dazu bin, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, mir womöglich die großen Fragen des Lebens zu stellen. Dabei merkst du vielleicht schon, ist es meiner Meinung nach zumindest völlig irrelevant, ob du in diesem Asana-Bereich, in diesem physischen Bereich fortgeschritten bist oder nicht. Die Ausbildung, die ich gemacht habe, da sieht man, da sieht so viele unterschiedliche Leute, die körperlich so eine krasse Yoga-Praxis haben, die aber mit wenig Interesse alle anderen Aspekte des Yogas verfolgen. Äh, ist diese Person dann besser geeignet für ein Teacher-Training? Ja oder nein? Das ist so die Frage meiner Meinung nach. Nein. Also ich würde sagen, wenn du ein offenes Herz hast, wenn du einen offenen Geist, dass wenn du bereit bist, einzutauchen, zu lernen, dich mit dir selbst zu beschäftigen, dich mit deinem wahren Selbst zu beschäftigen, dann ist es nie zu früh, eine solche Ausbildung zu machen. Wenn du bereit bist, Yoga in seiner Ganzheitlichkeit zu erfahren. Ganzheitlichkeit? Ihr wisst, was ich meine. Die dritte Frage, die du dir stellen solltest, ist, welches Format passt in mein Leben? Da hast du vielleicht gar nicht so viel Spielraum. Du hast gemerkt, es gibt so viele Ausbildungen. Es gibt genauso viele Formate, eine Ausbildung zu machen. Du kannst das innerhalb von drei Wochen machen, innerhalb von vier Wochen, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr, zwei Jahre. Du kannst das in Deutschland machen, in Europa, in Asien, überall auf der Welt. Du kannst eine Yoga-Lehrer-Ausbildung für 2.000 Euro machen und für 10.000 Euro. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Deswegen beantworte die ersten drei Fragen für dich. Was liebst du an Yoga? Welche Lehrer sind die, die dich inspirieren? Was sind deren Botschaften? Und was war da drin? Oh Gott, ich bin schon völlig verwirrt. Das ist der Jetlag noch. Achso, und bist du bereit zu lernen? Wenn du diese drei Fragen für dich beantwortet hast und dann eine Auswahl womöglich schon getroffen hast an Yoga-Schulen, an Anbietern, dann ist da vermutlich gar nicht mehr so viel Entscheidungsspielraum, beziehungsweise musst du dir dann wahrscheinlich sagen, okay, ich kann sowieso nicht vier Wochen Urlaub am Stück nehmen, also mache ich das jetzt innerhalb eines Jahres. Ich will nicht um die ganze Welt fliegen, sondern ich mache das lieber hier bei mir vor Ort. Dann ist die Entscheidung ja eigentlich schon gefallen. Also dieser Aspekt, würde ich sagen, ist einfach so ein pragmatischer Aspekt. Man sollte das nicht überbewerten, denn also ich habe zum Beispiel meine erste Ausbildung in Deutschland gemacht, also in Berlin, und das war über ein Jahr. Das heißt, ich hatte jeden Monat Intensivwochenenden und das war nicht toll, weil ich fand, weil ich konnte zwischen diesen Wochenenden alles immer gut verdauen. Ich konnte mir noch mal Gedanken machen, das sacken lassen. Ich bin mit einem Rucksack voller Fragen ins nächste Wochenende gestartet. Diese Intensivausbildungen sind natürlich super, weil du eintauchen kannst in diese Welt. Du kannst das alles in dich aufsaugen. Ja, du kannst halt einfach abschalten und dich einen Monat lang nur Yoga widmen. Alles hat Vor- und Nachteile. Ich würde mich nicht verrückt machen. Es muss einfach in dein Leben passen. Das ist, würde ich sagen, das Wichtigste. Wir kommen zum letzten Punkt und der letzte Punkt heißt, mach dich frei von deinen Erwartungen. Das ist auch ein Learning, eine Erkenntnis, die ich jetzt hatte nach meinem aktuellen Yoga-Teacher-Training, weil es eigentlich nicht so war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und ich war erst ein bisschen enttäuscht. Mittlerweile, ich bin jetzt eine Woche wieder da, habe ich das Gefühl, es war genau das Richtige, genau zum richtigen Zeitpunkt, auch wenn ich mir das vorher nicht so gedacht hätte. Mein Rat wäre, einfach gut zu recherchieren, diese Fragen für dich einfach durchzugehen, eine Entscheidung zu treffen, von der du denkst, okay, das ist sicher eine gute Entscheidung. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und mich entschieden und dann ist es auch gut. Und egal, was dann kommt, vertraue einfach darauf, dass es das Richtige jetzt für dich ist. Selbst, wenn du erst denkst, oh Gott, ich habe es mir ganz anders vorgestellt oder, oh nö, irgendwie wollte ich das jetzt nicht so. Du wirst immer was lernen. Es wird immer eine Bereicherung sein. Egal, ob du am Ende mit den Lehrern klarkommst oder nicht. Du wirst, du wirst das lernen, was du in diesem Moment lernen sollst. Und darauf würde ich einfach vertrauen. Mach dir klar, dass das ein Schritt ist auf deinem Yoga-Weg. Das ist jetzt nicht das Ding. Klar, es ist eine Investition und das ist ein großer Schritt, aber es ist nur ein Teil deines Yoga-Weges. Ja, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Wenn ja, dann gib gerne einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Wenn du noch Fragen hast zum Thema, dann stell sie gerne in den Kommentaren und dann freue ich mich, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann. Tschüss!